So laufe ich hier rum, wie ein kleiner Lump. Ich laufe hier rum wie ein Lump. Ich komme gerade vom Sport. Doktor Lumpi. Und ihr würdet es nicht erraten, wenn ich es nicht sagen würde. Ich glaube, ich halte die Kamera schon wieder falsch rum. Das ist langsam nicht mehr lustig. Ich lerne es einfach nicht. Aber ich gehe jetzt hier rein. Ne, das war, glaube ich, nicht richtig gehalten. Ich gehe jetzt hier rein. Hier. Aber sie guckt mich schon so an auf. Nein, du kommst hier nicht rein. Das glaube ich jetzt aber nicht. Du willst doch nicht zu uns. Doch, ich werde mich bräunen. Lass mich. Herzlich willkommen zu einem neuen... Warte mal, ich stelle mal das Handy ab. Das ist echt immer nicht so einfach mit der Einstellung von der Kamera. Wow. Bei den meisten Leuten sieht das so selbstverständlich aus. Aber wenn man es dann selbst versucht, ist irgendwie alles gar nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall, für mir war das ein bisschen wichtig, so viel Equipment zu haben. Ich glaube, das habe ich schon im ersten Block erzählt. Und alles so ein bisschen professioneller zu machen und nicht nur mit dem Handy zu filmen und so weiter. Dementsprechend habe ich dann bei Saturn mir Sachen bestellt und wollte das dann so auf zehn Monate verteilen, weil ich wusste das vorher nicht. Aber so Kamera und Kamera Equipment und so Computersachen sind auf jeden Fall wesentlich teurer, als ich dachte. Ja, dann habe ich da so eine Anfrage gestellt bei Saturn. Dann kam irgendwie zwei Minuten später eine E-Mail, so ihre Anfrage für die Finanzierung wurde genehmigt und die Sachen werden zugestellt. Ähm, da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Ähm, sollte dann aber, damit das irgendwie so komplett abgeschlossen ist, dieser Vorgang, ähm, mich per so einem Post, per Post-Ident-Verfahren, meine ich, hieß das, so verifizieren. Ähm, hab dann mit so einem Herrn telefoniert, der gesagt hat, ja, hier halten Sie mal den Ausweis in die Kamera. Und ich habe bei Saturn aber nur einen von meinen zwei Nachnamen angegeben. Und auf meinem Ausweis standen dann zwei Nachnamen. Und er war dann so, ja, ähm, die zweite Nachname, der steht hier bei Saturn nicht. Und ich habe gesagt, ja, hier auf dem Ausweis, wenn Sie sehen, so heiße ich. Und der Rest stimmt überein. Und da meinte er, ja, tut mir leid, das muss ich dann leider ablehnen, weil der Nachname nicht hundertprozentig übereinstimmt. Ähm, da müssen Sie dann bei Saturn nochmal ihren Namen ändern und dann diesen ganzen Vorgang nochmal abschließen. Da war ich schon so ein bisschen angepisst, weil ich musste halt die Sachen wieder alle neuen in Warenkorb tun, ähm, weil der irgendwie meine letzte Bestellung da nicht mehr, ach, der hat er einfach nicht gehabt. Da habe ich das alles nochmal in den Warenkorb getan, nochmal alles ausgefüllt, wieder bestellt. Ähm, und dann wurde die Anfrage aber abgelehnt. Und da war ich schon komplett verwirrt und hab, ähm, bei Saturn angerufen und gesagt, ja, ich hab das jetzt zum zweiten Mal bestellt, weil ich nur meinen Namen ändern dann musste, dann sagt sie, ach so, ja, ähm, ja, zweimal hintereinander direkt funktioniert das nicht. Ähm, dann müssen wir erst mal die erste Anfrage wieder rufen. Die müssen Sie wieder rufen, die muss ich stornieren. Dadurch, durch Ihren Widerruf. Und so hat sie mir das erklärt. Ich hab per E-Mail dann einen Widerruf geschrieben. Und dann wurde mein Widerruf auch bestätigt, so dass ich dann die erste Anfrage, die genehmigt wurde, wieder rufen hab. Ähm, dann hab ich nochmal bei Saturn angerufen, irgendwie eine Woche später, weil ich sollte warten und hab gesagt, so geht das dann jetzt alles wieder, kann ich jetzt neu bestellen. Und dann meint ein Herr, ja, du kannst bestellen, alles ist gut. Hier, die Sache wurde wieder rufen, die ist jetzt raus und irgendwie. Dann wollte ich wieder bestellen, hab wieder alles in den Warenkorb getan. Die Anfrage wurde wieder abgelehnt. Ähm, dann hab ich bei Saturn angerufen und eine Dame hat mir gesagt, sie weiß überhaupt nicht, woran es liegt. Ähm, das ist alles ein bisschen komisch, aber sie gibt es weiter. Ich hab das dann per E-Mail eingereicht. Und dann, ähm, ähm, ist was passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet hab. Und zwar kam von der Bank, äh, über die das läuft bei Saturn, ein Brief zu mir nach Hause. In dem stand, wir haben ihre Anfrage, die letzte Anfrage, haben wir abgelehnt, wegen einem negativen Schufa-Eintrag. Und da hab ich da angerufen und gesagt, ich hab keinen negativen Schufa-Eintrag, ähm, wo soll der herkommen. Und die erste Anfrage wurde ja auch genehmigt, sodass es widerspricht sich. Ähm, und dann hat sich rausgestellt, dass die widerrufende Anfrage vom Anfang, ähm, diese Stornierung einen Schufa-Eintrag ergeben hat. So, also es ergibt für mich auch immer noch keinen Sinn, weil ich bin bis zu dem Zeitpunkt, an dem, in dem ich den Brief bekommen hab und mir das dann erklärt wurde, davon ausgegangen, man bekommt einen negativen Schufa-Eintrag, weil man was bestellt, was man dann aber nicht mehr bezahlt, irgendwie. Und durch Zahlungsverzug und Mahnung und Kündigung und was weiß ich, dadurch kommt man dann irgendwann in die Schufa. Und ich bin jetzt durch eine mir geratene neue Anfrage in die Schufa gekommen. Naja, es kann auf jeden Fall so nicht richtig sein. Ich hab jetzt, ähm, an diese Bank und an Saturn heute früh, ähm, jeweils E-Mails geschickt mit einer Fristsetzung bis zum vierten, Elften, also bis zur nächste Woche, um das zu klären und diesen nicht gerechtfertigten Eintrag einfach wieder da rauslöschen zu lassen. Und schau mal, was passiert. Sehr, sehr lange Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal passiert ist. Mir ist, ich hab von sowas auf jeden Fall auch noch nicht mal gehört bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir jetzt selbst passiert ist. Wir werden sehen, wie sich das alles so, ähm, weiterverhält. Und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und, was ich noch sagen wollte, ist, ja, diese Woche ist, wie gesagt, sehr wenig passiert, weil ich überhaupt nicht bei mir war, um es mal vorsichtig, ähm, auszudrücken. Ich war noch auf einer Taufe, da hab ich ein bisschen was aufgenommen. Also wirklich ein bisschen, sehr wenig. Und bin danach ein bisschen spazieren gegangen und wollte dann mal erklären, woran es so gelegen hat. Aber ich glaube, ich hab's auch nicht so auf den Punkt gebracht. Ja, ähm, in den nächsten Vlogs versuche ich ein bisschen mehr, euch, äh, versuche ich euch ein bisschen mehr mitzunehmen. Ist jetzt alles nicht so gelaufen wie geplant, aber auch das gehört dazu, auch wenn es direkt am Anfang ist. Und das ist der zweite Vlog. Dann kann es auch sein, dass es mal nicht so läuft. Ich finde, das ist besser, dann trotzdem dran zu bleiben. Bei mir hat's halt, äh, in der Vergangenheit immer viel gebracht, meine, meine Reise so zu dokumentieren. Besonders auf Insta hab ich das 2020 gemacht, wo ich so auf dem Beststand, was Fitness angeht, war, falls der Satz richtig war. Ähm, und das hab ich nur geschafft dadurch, dass ich, oder auch geschafft dadurch, dass ich sieben Storys so am Tag im Schnitt, und ich hab immer versucht, sieben zu machen, frag mich nicht wieso, ähm, sieben Storys am Tag hochgeladen hab und da halt mein Diätessen und meine Übungen, die ich an dem Tag hatte, bla bla bla, ähm, hab ich dann in Verbindung mit meinem ersten Staatsexamen, mit dem Lernen, alles gepostet und das hat mir sehr geholfen. Und jetzt auf dem Weg zum zweiten Examen, was jetzt mir angstmachenderweise gar nicht mehr so weit weg ist, ähm, dachte ich, ich mach dasselbe jetzt auf YouTube. Vielleicht auch auf Instagram, da ist ein bisschen, wenn ich ein bisschen untergegangen, versuch da ein bisschen mehr zu posten wieder. Naja, äh, lange Rede, langer Sinn. Ich blende euch jetzt hier noch, ähm, mein Spazieren und mein Taufbesuch, ähm, ein. Heute ist Montag. Der Montag, an dem ich es gleich hochlade. Ähm, ja. Entschuldigung. Äh, okay. Hi Alexa, Pause. So. Müssen wir mal. Hm. Um 12 Uhr beginnt die Taufe und es ist zwei nach, drei nach. Wir haben ein paar Platz gesucht. Es ist ein gutes Zeichen, glaube ich, dass die Kirchenglocken noch läuten. Und da sind wir. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Auf jeden Fall. Es ist heute Samstag. Ich wollte seit dem Hochladen am Montag direkt wieder ein paar Szenen aufnehmen, sodass ich dann für diesen Sonntag sehr viel zu zeigen habe. Tatsächlich ist am Montag was passiert, was mich etwas aus der Bahn geworfen hat. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Weshalb ich jetzt am Freitag, also gestern, das erste Mal was aufgenommen habe. Wo ich aber irgendwie noch komplett wie im Fiebertraum erzählt habe und gekocht habe. Auf jeden Fall war dann heute der erste Tag, an dem ich wieder so einigermaßen unterwegs war. Und ansonsten sah die Woche so aus, dass ich am Montag meinen Fiebertraum begonnen habe. Am Dienstag gar nicht aus dem Bett gekommen bin. So traurig das auch klingt. Am Mittwoch, glaube ich, auch nicht wirklich was gemacht habe. Am Donnerstag dann anstelle des Zuges mit dem Auto zu Gericht nach Damon Horst gefahren. Und dann ist der Termin, den ich im Anschluss in Oldenburg hatte, zur Zeugnisausgabe der Zivilstation ausgefallen. Sodass ich dann tatsächlich nur für 45 Minuten Gespräch mit meinem auszubildenden Richter dahin gefahren bin, um dann wieder zurückzufahren. Also so vier Stunden Autofahrt für 45 Minuten. Er hat sich das Urteil genommen. Ich habe ihm das gegeben. Und dann hat er mir noch eine letzte Akte gegeben, zu der ich dann nochmal einen Aktenvortrag halten soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hängelaufen bin. Hier zu kaufen. Hier kann man alles kaufen. Oh, sieht cool aus. Ich glaube, hier darf ich nicht durchgehen. Ja, das war dann am Donnerstag. Freitag war gestern tatsächlich erst schon. Da habe ich es dann geschafft zu kochen. Und mehr aber auch schon wieder nicht. Auf jeden Fall alles in allem. Das war eine katastrophale Woche. Ich war ganz kurz davor zu sagen, ja gut, es gibt deshalb kein zweites Video. Aber nach den großen Reden, die ich im ersten geschwungen habe, kann ich ja nicht gleich in der zweiten Woche wieder verschwinden. Dementsprechend versuche ich jetzt, ja gut, heute ist schon Samstag, ich versuche jetzt noch am Sonntag irgendwas zu machen, was ich dann mit hier reinnehmen kann. Ich glaube, es ist jetzt auch schwierig nachzuvollziehen, wovon ich rede. Aber vielleicht errät es ja jemand, was ich am Montag, was am Montag passiert sein könnte, dass ich jetzt mich am Samstag immer noch davon belastet fühle. Na gut, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe immer noch mal, mal! Ich habe jetzt einen schönen Tag wie ein Bett, den Tauern. Und dann, dass ich mich am besten für Sie. Und dann, wenn ich mich am besten 아름답n.